Die AfD ist die stärkste Partei Deutschlands. Ihr habt richtig gehört. Das ist kein Populismus oder sonst eine falsche Information oder ähnliches, sondern wenn man es runterbricht auf eine einzelne Partei, ist sie aktuell in den Umfragen die stärkste Partei mit einem gewaltigen Potenzial von bis zu 33 Prozent. Und das gucken wir uns ganz genau in der Analyse heute an. Moin zusammen, mein Name ist Olli, wenn du neu bist, gerne ein Abo da lassen. Und wir sehen das. Die Welt hat darüber berichtet. Insa hat mal wieder für die Bild einen sogenannten Meinungstrend durchgeführt. Und da sehen wir es auch schon in der Titelzeile. 33 Prozent der Deutschen haben schon über Stimme für AfD nachgedacht, heißt es hier. Und da ist natürlich jetzt ein bisschen Interpretationsspielraum bei diesen 33 Prozent. Und wir wissen das als Disclaimer immer wieder vorweg. Ich traue keiner eigenen Statistik oder auch Umfrage, die du selber gefälscht hast. Keine Frage, manchmal wird sowas ja vielleicht in der einen oder anderen Parteizentrale durchgeführt. Wieder was absolut Utopisches rauskommt. Nichtsdestotrotz, wir gucken uns das an, denn ich habe gerade noch den folgenden Gedanken. Sind das 33 Prozent, die sagen, ja, ich habe schon mal darüber nachgedacht, die zu wählen, plus die circa, was sie aktuell bekommen, 21 Prozent der Umfragewerte? Das ist doch eine ganz spannende Frage. Wären sie damit sogar bis zum Potenzial von 54 Prozent möglich bei der Alternative? Dann hätte sich Koalitionsbildung, die ja keiner mit dieser Partei machen möchte, schon komplett erledigt. Interessant ist, wie immer und immer und immer wieder hier falsch berichtet wird, muss man ganz klar monieren. Denn im neuen Ninsa-Meinungstrend kommt die CDU auf 26 Prozent. Und das ist falsch. Das ist schlichtweg falsch. Und deswegen sagte ich ja gerade, die Alternative für Deutschland ist die stärkste Einzelpartei in Deutschland. Denn hier unten ist es halt auch richtig, CDU, CSU, also die Union sind 26 Prozent, damit die stärkste Partei. Aber ich will mich da nicht an Kleinigkeiten aufhalten, denn das ist meiner Meinung nach keine Kleinigkeit, sondern eine ganz wichtige Differenzierung, die hier vorgenommen werden muss. Wenn nämlich durch das geänderte Bundestagswahlgesetz, habe ich ja ein Video darüber gemacht, guckt euch das gerne nochmal an, die CSU in den Deutschen Bundestag nicht einziehen würde, sprich bundeseinheitlich nicht auf 5 Prozent kommen würde, würden sie auch über ihre zahlreichen Direktmandate nicht in den Bundestag einziehen. Und dann stünde die CDU alleine da. Und das sind vielleicht 19, 20, 21 Prozent. Und damit gleichauf, vielleicht sogar schlechter als die AfD. Und das sollte man wirklich die ganze Zeit mit anmerken und nicht unter den Teppich kehren, wie ich persönlich finde. Aber schreibt mal eure Meinung dazu gerne unten rein. Wenn wir uns speziell zu dieser Umfrage noch die anderen Werte angucken, und ich mache das immer wieder ganz gerne hier, da ist das schön übersichtlich gemacht, sehen wir dann nämlich hier beim Wahlrecht, sehen wir hier CDU, CSU, so ist es richtig, 26 Prozent. An zweiter Stelle die AfD mit eben angesprochenen 21 Prozent. Die SPD weiterhin stark abgeschlagen auf dem dritten Platz mit 19,5 Prozent. Die Grünen sage und schreiben auch 13,5 Prozent. Und ich frage es gerne nochmal auch an dieser Stelle, Wer wählt die Leute denn noch, nachdem so viel schon jetzt in den letzten anderthalb Jahren, seit der letzten Bundestagswahl gemacht wurde von diesen Kandidaten? Reicht das den Bürgern immer noch nicht? Nein? Ist der Sprit noch nicht zu teuer? Sind noch nicht genug Verbote ausgesprochen? Sind noch nicht genug Heizungsneue Novellierungen geplant? Du kannst es dir nicht ausdenken, was hier in diesem Lande los ist. Und dann geht es hier weiter mit der FDP mit 7 Prozent und die Linke ebenfalls wären sie raus, weil denkt dran, die hatten ja 4,9 Prozent bei der letzten Bundestagswahl. Jetzt werden einige sagen, Moment, warum sitzen die im Bundestag? Richtig, weil sie nämlich drei Direktmandate gewonnen hatten, die sie auch dafür benötigt hatten, um komplett einzuziehen. Wie gesagt, dieses Gesetz wurde ja jetzt geändert. Und was gibt es dann, wenn man sich das hier bei der WUM gerne nochmal anguckt, für Koalitionsmöglichkeiten? Koalition sehen wir jetzt hier zum Beispiel, das bezogen auf die Anzahl der Sitze im Bundestag, muss man ja auch dazu sagen, weil es fallen ja dann, Freiwähler fallen weg, Sonstige fallen weg, Linke fallen weg. Das heißt, die Sitze werden aufgeteilt zwischen diesen fünf Parteien für die sage und schreibe beste Bundesregierung, die wir jemals hatten, die Ampelkoalition, wäre es nicht mehr möglich, eine Regierung zu bilden. Und das kann man wirklich nur hoffen. Das ist möglich das erste Ziel. Und das nächste und nicht weniger wichtige Ziel ist es, dass die Grünen nicht mehr in der Regierungsverantwortung sind. Doch das wird kritisch. Das wird verdammt kritisch, weil wir sehen ja, fast überall sind sie ja irgendwo mit drin, dass CDU, CSU und AfD die stärkste gemeinsamen Kräfte sind. Das sollte man auch mal wieder in den Fokus heben, wie ich persönlich finde. Denn offensichtlich wünschen sich die Bürger in Deutschland mehrheitlich eine konservative Politik. Ob sie die mit der CDU, CSU bekommen, sei jetzt mal hingestellt. Nichtsdestotrotz, sie sprechen sich für diese drei Parteien in Summe aus. Am meisten mit 54,3 Prozent. Danach hätten wir wieder, wenn es dazu kommen würde, eine große Koalition. Das wäre schon der Knaller. Dann würde es auch noch, ich glaube, das sind die Farben von Jamaika hergeben, CDU mit den Grünen und der FDP zusammen. Da würde man einfach jetzt quasi die SPD gegen die CDU austauschen. Unter anderem Friedrich Merz, wie die CDU weiterhin auch nach Merkel am Leiden ist. Das merkt man ja, dass sich der ein oder andere sehr kritisch äußert. Und auf einmal hört man dann nicht mehr so viel. Schon interessant, dass es offensichtlich nicht erwünscht ist, kritisch zu sein. Und hier, das wäre natürlich mal richtig lustig anzusehen. Die AfD, die SPD und die Grünen zusammen. AfD, SPD und FDP würde ebenfalls funktionieren. Und das war es auch schon. Und das war es auch schon, Leute. Und das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend, wenn sich die Werte natürlich jetzt zwei Jahre lang so weiter bleiben. Und eben nicht anders entwickeln. Aber warten wir doch einfach mal ab. Warten wir einfach diese angesprochenen weiteren zwei Jahre bis zur nächsten Bundestagswahl ab. Denn wenn die Wirtschaft weiter so brummt und mit der Bazooka und der Doppelwumms greifen, dann werden wir hier noch eine ganz andere Umfrage sehen. Da bin ich mir mittlerweile wirklich sicher. Denn dieses Mantra, dieser Hauptvorwurf der Ampelkoalition und jeglicher anderen Parteien, dass die AfD keine Lösungen liefert, komischerweise funktioniert das Ganze so offensichtlich nicht mehr, dass sich eben so viele für diese Partei jetzt aussprechen, weil sie vielleicht auch sich ein bisschen selber informieren bei den jeweiligen YouTube-Kanälen der Abgeordneten. Vielleicht gucken sie auch mal bei Phoenix rein und schauen sich die eine oder andere Rede von Dr. Alice Weidel oder auch Dr. Gottfried Curio mal an und hören dann, ach Moment, die sind ja gar nicht so populistisch. Die haben ja auch konkrete Vorschläge und lösungsorientiert arbeiten die und stellen sich das so und so vor. Vielleicht passt das ja. Denn wir sehen das ja über die letzten paar Jahre hinweg. Es geht ein klarer Trend zwischen einer Bevölkerungsgruppe, die weiterhin die Komplettbetreuung der Öffentlich-Rechtlichen und des Staates unserer Regierung haben möchte. Und auf der anderen Seite wird die Gruppe aber auch größer, die sagen, hm, ich nehme das alles nicht mehr so hin, ich hinterfrage das auch kritisch und ich stelle mir das anders vor, wie das abläuft. Und das ist dann so ein Ergebnis. Aber jetzt schreibt mal eure Meinung unten rein. Was schätzt ihr, was ist realistisch bei der nächsten Bundestagswahl und wen werdet ihr dort wählen? Abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten und ciao.